So, einen witteschönen guten Tag, mein Lieber, auch Willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute ist Dienstag und wir haben die 400 Abonnenten zu knacken, seit heute. Und wir haben, dass wir heute ein Abonnenten-Special machen und ich gucke heute. Also, los geht's. Und wir haben die 400 Abonnenten, 403 Abonnenten. Das ist einfach der wahrsten, wenn ich meinen Kanal abonniere. Das ist einfach total der wahrsten. Und ich seid die Beste und das für meine Fan-Treppe zu machen. Und ein paar Zuschauer-Treppe, das ist einfach der wahrsten. Und jetzt macht es viel Spaß. Und dann... Ja, ist mega cool. Und dann... Ja... Ich lege... Oh... Und 403 Abonnenten... Oh, das ist einfach der wahrsten. Warte mal. So. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auf meinen Kanal uns verabonniere. Das ist einfach der wahrsten. Und das auch gerne auf meinen Kanal zu abonnieren. Und dann, ihr seid die Beste. Und das freut mich schon sehr, wenn ihr mal unter die Kommentare schreibt, ob ihr mal gerne mich grüßen wollt. Ob ihr mal gerne mich grüßen wollt. Ob ihr beide Treffen irgendwo in Deutschland. Das ist einfach der wahrsten. Das ist einfach zu cool. Und dann könnt ihr gerne Fotos machen. Äh, Fotos machen. Das ist einfach der wahrsten. Und dann... Ja. Ja. Wir verabschlossen. Deshalb war es dein Lukas. Was dir gefallen hat. Da gibst du einen Daumen nach oben. Wenn dir noch nicht gefallen hat, mach den Daumen nach unten. Und dann abonniere meinen Kanal. Es ist immer kostenlos. Aktiviere die Glocke. Und... Und abonniere die Kanäle. Und dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn alles dir nicht gefallen, macht keinen Daumen nach unten. Oder wenn ihr mal gerne Daumen nach unten zu machen. Und dann ja. Da euch die Glocke anzuschalten. Und einen Kommentar zu schreiben. Und dann ja. Da könnt ihr euch gerne was machen. Und dann ja. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und einen schönen Abend. Und einen schönen guten Abend. Wir sehen uns. Bis dann morgen vielleicht wieder.